Die digitalen Multimeter von Benning aus der Reihe MM5 und MM6 stellen mit ihrem großen Funktionsumfang das ideale Messwerkzeug für die Elektrofachkraft oder den Servicetechniker dar. Alle Multimeter werden mit einer hochwertigen Schutztasche geliefert. Des Weiteren gehört ein Satz hochwertiger Sicherheitsmessleitungen mit 4 mm Lamellenstecken zum Lieferumfang. Den Messgeräten MM52 und MM61 ist außerdem ein Temperaturfühler beigelegt. Das mitgelieferte Gummischutzholster schützt das Messgerät vor Beschädigung. Außerdem verfügt es über einen integrierten Magneten, wodurch ein Aufhängen des Messgeräts an metallischen Bauteilen ermöglicht wird. Der ausklappbare Aufsteller ermöglicht des Weiteren ein einfaches Aufstellen des Multimeters. Alle gezeigten Multimeter nutzen das Echteffektivwert-Messverfahren TrueRMS, wodurch auch anspruchsvolle Messaufgaben präzise gelöst werden können. Die Multimeter MM51 und MM52 zeichnen sich in erster Linie durch ihre kompakte Bauform aus. Der Drehschalter ermöglicht die direkte Auswahl der gewünschten Hauptfunktion. Die blau gekennzeichneten Unterfunktionen der jeweiligen Schalterstellung können durch die blaue Funktionstaste ausgewählt werden. Über die Volt-Sensortaste kann bei eingeschaltetem Messgerät die berührungslose Erfassung eines Wechselfelds erfolgen. Hierdurch wird beispielsweise eine Kabelbrucherfassung an offenliegenden Leitungen ermöglicht. Durch kurzes Betätigen der Delta-Peak-Taste wird die Relativwertfunktion ausgewählt. Hierbei wird der aktuelle Messwert gespeichert und die Differenz zu den folgenden Messwerten angezeigt. Bei der Wechselspannungsmessung wird durch die zweisekündige Betätigung der Delta-Peak-Taste die Spitzenwertspeicherung aktiviert. Hierbei wird der positive sowie negative Spitzenwert gespeichert. Die gespeicherten Werte können durch erneutes Betätigen der Taste angezeigt werden. Durch das Betätigen der Hold-Taste kann ein Messwert gespeichert werden. Sollte anschließend eine Steigerung des Messwerts um 50 Digit erfolgen, wird ein akustisches sowie optisches Signal ausgegeben. Am Benning MM52 findet sich des Weiteren eine Taste zur Aktivierung der Displaybeleuchtung. Zusätzlich bietet das Messgerät einen 10 Ampere Strommessbereich und für die Wartung und Fehlersuche an Heizungsanlagen einen DC-Mikroampere-Messbereich sowie einen Temperatur-Messbereich. Die maximal zulässige Spannung beider Messgeräte liegt bei 600 Volt nach Messkategorie 3 bzw. 300 Volt nach Messkategorie 4. Die Multimeter MM61 und MM62 sind ähnlich aufgebaut und verfügen ebenfalls über die genannten Funktionen. Der berührungslose Spannungsindikator besitzt bei dieser Baureihe eine eigene Schalterstellung. Zusätzlich kann hierbei die Empfindlichkeit zwischen Low und High umgeschaltet werden. Die automatische Messbereichswahl kann bei diesen Geräten durch die Range-Taste deaktiviert werden. Somit kann ein manueller Messbereich ausgewählt werden. Beide Messgeräte verfügen über eine zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung. Zur Unterdrückung von Blindspannung verfügen beide Multimeter über eine spezielle Low-Z-Funktion mit automatischer Wechsel- bzw. Gleichspannungserkennung. In dieser Messposition wird die Eingangsimpedanz von 10 Megaohm auf etwa 3 Kiloohm reduziert. Somit kann unter anderem ein 30 mA Fehlerstromschutzschalter zum Auslösen gebracht werden. Das Multimeter MM61 ermöglicht außerdem eine Strommessung im Mikroamperebereich sowie eine Temperaturmessung mit dem beigefügten Temperaturfühler. Dieses Messgerät eignet sich daher besonders für den Heizungs- und Klimatechniker. Mit dem Multimeter MM62 ist eine Temperaturmessung zwar nicht möglich, dafür können mit diesem Messgerät Ströme von bis zu 10 Ampere gemessen werden. Es eignet sich somit besonders für die Elektrofachkraft. Beide Messgeräte können bis zu einer Spannung von 1000 Volt nach Messkategorie 3 bzw. 600 Volt nach Messkategorie 4 sicher betrieben werden. Alle Multimeter von Benning verfügen über entsprechend hochwertige Sicherung, sodass auch bei unsachgemäßen Gebrauch sowohl der Anwender sowie das Messgerät entsprechend geschützt werden. Die digitalen Multimeter von Benning stellen somit sichere und zuverlässige Messwerkzeuge dar, die für die vielfältigen Anforderungen der Elektrofachkraft im Handwerk, der Industrie und im Service sowie für den Heizungs- und Klimatechniker ausgelegt sind.